Der Mount Everest im Himalaya-Gebirge ist bekannt dafür, der höchste Berg zu sein. Aber stimmt das wirklich? Tatsächlich kommt es darauf an, wie genau gemessen wird. Mit 8.848 Metern ist er der höchste Berg über dem Meeresspiegel. Misst man allerdings die absolute Höhenmeteranzahl vom Fuß eines Berges bis zu seiner Spitze, dann wäre der Vulkan Mauna Kea in Hawaii mit 10.203 Metern der höchste Berg. Nur 4.205 Meter davon befinden sich über dem Meeresspiegel. Als drittes kann auch gemessen werden, welche Bergspitze am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt liegt. Hier kommt man zu einem ganz anderen Ergebnis, da die Erde keine perfekte Kugel ist und aufgrund der Fliehkraft am Äquator einen größeren Radius hat. Nach dieser Methode wäre der höchste Berg mit 6.263 Metern über dem Meeresspiegel der inaktive Vulkan Chimborazo in Ecuador. Der höchste Berg in unserem Sonnensystem ist übrigens der auf dem Mars gelegene Olympus Mons mit einer absoluten Höhe von 26.400 Metern. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017